Hallo und willkommen zu einem weiteren Elden Ring Video. Wir befinden uns unten immer noch im Berggipfel der Riesen. Und hier sind die Ruinen von Zarmor. Da drin sind die Klangperle des Schmiedes, des Schürfers. Könnt ihr dann neue Schmiedesteine kaufen. Jetzt reden wir mal mit diesem Typen hier. Das ist aber nicht der Hutmann, der jetzt vergessen habe, der gestorben ist, oder? Wer wäre der Herr? Oh, mein Gott. Warum die lange Füße? Ich bin Angst, dass du vorhin mit diesem Schmiedsbegriff hast. Das ist das Schmiedsbegriff. Er ist tot, dass er tot, um seine Klinik zu haben. Er hat es mir gegeben. Schabriri, ich hoffe, dass du dich mit dir gemacht hast. Okay, Schabriri, da habe ich doch einen, da kann man einen Talisman, den kann man auch zum Start des Spiels auswählen, das ist der hier, Schabriris Kummer. Angeblich wurden dem Mann namens Schabriri die Augen wegen seiner Verleumdung ausgestochen. Mit der Zeit soll sich dann die rasende Flamme in den leeren Augenhöhlen eingenistet haben. Okay. Zieht Aggression kontinuierlich an. You're about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge, only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice. she wishes it on but how would the lord crown so chosen tarnished there to tread the path of true rigor spare the poor girl and singe your own flesh and if you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship than he the words of I Shabriri chosen tarnished and descend into the depths far below the earth tree capital seek audience with the three fingers and the flame of frenzy if you Wenn Sie die Flamme von Frenzieren, dein Gehirn wird als Kindling sein. Und die Frau kann sich verraten, die Sie auf den Wettbewerb des Lordships, den Wettbewerb des Herrs des Chaos. Die Wettbewerb des Herrs auf den Boden, und die Wettbewerb des Todes, was verletzt und verletzt. Oh, kann der Chaos nehmen den Welt. Kann der Chaos nehmen den Welt! Okay, chill. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Fossi Kord. Okay. Mal gucken, was es mit Schabriri auf sich hat. Ich lasse jetzt erstmal das so, wie es ist, als Teil 1. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas passiert noch. Oder bin ich froh, wenn ich denn doch das Video habe. Befindet sich hier. Schabriri. Bei den Ruinen von Zamo. Auf dem Gipfel der Riesen. Kurz nach Hauptstadt Lendel und dem verbotenen Lande. Dann über den großen Aufzug und zack. Seid ich hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.